Kaum spiele ich wieder als Terror-Einheit, leckt es wie Hulle. Meine Reaktion ist im Arsch, ich spiele wie ein Vollidiot, ich spiele... Ich kann nicht spielen. Hallo meine lieben Leutchens, ich bin's wieder, euer Isaac-Sieger und herzlich willkommen zum Ründchen CSGO Counter-Strike Global Offensive. Ich spiele deswegen CSGO aus ein paar Gründen. Grund Nummer 1, ich bin etwas müde. Grund Nummer 2, ich wollte Minecraft aufnehmen, hatte aber irgendwie keinen Bock, ich wollte ein bisschen Action. Und Grund Nummer 3 ist, weiß nicht, vielleicht gefällt es euch ja. Und wir spielen ein Ründchen Deathmatch in der aktiven Dienstgruppe und machen gleich mal hier Action. Ich habe vorhin schon eine Aufnahme gemacht, die habe ich aber gottlos verkackt, sage ich jetzt mal. Mausempfindlichkeit zu klein, Legs, V-Sync-Probleme, den ganzen Scheiß halt und... Also dem habe ich ja richtig schlecht gespielt. Aber das ist Nebensache und deswegen jetzt gleich mal eine neue Runde angefangen. Und ich bin natürlich bei den... Und ich habe vergessen eine Waffe zu wählen, das mache ich nämlich jetzt, nachdem ich den ersten Death kassiert habe. Yay! So, ich nehme die AOG und die Desert Eagle und dann kriege ich gleich mal voll auf den Lüschel. Und dann freuen wir uns. Und ich spiele eigentlich sonst als Dings, als Terror, weil ich die Waffe... Oh, sorry, weil ich die Waffe, die die Terrors haben, einfach besser finde. Oh, hier die zum Zoomen. Ähm... Alter, wo sind die denn? Ich sehe einfach keine Terrors. Äh, bin ich blind oder so, ey. Ich sehe hier einen geilen Camper. Jo, klar. Mhm. Den Typ kenne ich. Den elendigen... Bastard. Kill Nummer 1. Und ich habe schon wieder Fausting-Probleme, aber zumindest... Zumindest... Ja, lauf mir halt vor dem... Vorm Gesicht rum und block mich, du Affenarsch, Alter. Du blödes zwölfjähriges Dreckskind, Alter. Äh... Hass ich dit? Wenn wir die Leute vor der Fresse rumlaufen, äh. Gut, ich bin sowieso nicht auf Concentration-Level 100, 100 Pro, äh. Weil ich übelste Suppe müde bin. Ich habe... Ich wollte eigentlich gestern eine Runde Minecraft aufnehmen, aber als ich dann zu Hause angekommen bin... ...war ich so scheiße müde und habe einfach... Ja... ...habe einfach überhaupt keinen Bock mehr gehabt. Ich muss die Waffe wechseln. Ja, komm, mach mal, mach mal. AWP. Fickt euch. Ich treffe zwar bestimmt... Ich treffe zwar bestimmt gar nichts, wollte ich gerade sagen. So wie es aber ist, aber... Fuck it. Wenn ihr möchtet, dass ich irgendwann... ...dass ich einmal mehr CSGO spiele könnte, was ich ja gerne sage und in die... ...kommentiert, schrieben... Nein, ich habe nicht Counter-Strike 1.6. Alter, ich treffe auch gar nichts, ey. Ich habe weder CS 1.6 noch CSS. Ja, der gleiche Bastard schon wieder, aber ich... ...kriege nur Minim, die Kritze. Ich sollte sowas nicht spielen, wenn ich müde bin. Aber Minecraft, wenn ich jetzt Minecraft gespielt hätte, wäre ich wahrscheinlich eingeschlafen. Und ich habe wieder Framelags. Das... ...aber gut, nicht so schlimme. Kill number 1. Irgendwann... ...wie Liquids habe ich denn jetzt? Wer schießt? Wer hat mich denn jetzt angeschossen? Welcher... ...behinderter Wichser, Alter. Das gibt es doch nicht. Jetzt habe ich eigentlich viel zu lange... ...geaimt. Uh, no scope. Das ist blöd, dass das Ding noch eine zweite... ...oder mein... ...mein eigener. Sorry. Ja, genau. Schieß mich an. Kein Problem. Ja, dankeschön. Jo, das war ein kurzes Ründchen, da wir ja nicht von Anfang an eingeschlichen sind. Deswegen gehen wir jetzt noch in die nächste Runde und ich bekomme gar nichts. Ich bin auf... ...m-m-m-m-m-m. Ja, ich nehme sowieso wieder. Alle 865 Leute, das zwei. Ich nehme einfach mal... ...juck. Aber im Normalfall gewinnt das zwei immer... ...zu... ...sagen wir mal 85%... ...gewinnt das zwei. Es ist eine coole Map. Aber wenn man sie fünfmal nacheinander gespielt hat, ist es auch langsam ein bisschen boring. Ein bisschen boring. Boring. Äh, Terrors. So. Jetzt muss ich mir noch gar nichts gucken. Weil... Oh, es war ein Bot. Achso, stimmt ja. Wir sind ja noch in der... ...in der Aufwärm-Fjase. In der Aufwärm. So, jetzt gucken wir da. So, jetzt haben wir nämlich hier das schöne SG-553. Das ist nämlich sogar ein Schweizer Gewehr. Und wir nehmen als Bisolle die dicke... ...und kriege ich gleich mal voll auf den Nüschel. Wie der mich jetzt gekillt hat, weiß ich auch nicht. Aber... Okay. Kaum spiele ich wieder als Terror-Einheit. Leckt es wie... ...Hulle. Meine Reaktion ist im Arsch. Ich spiele wie ein Vollidiot. Ich spiele... Ich kann nicht spielen. Wo ist der andere? Wo ist der? Ist noch ein AWP-Buster? Da. Hm, nein. Einer mit einer M4-1. Es... Hat er mich hier holt. Die kleine Schrolle. Ähm, ich bin... Ja, klar. Mit der AWP-Lippen. Juh, würde ich auch sagen. Alter, es leckt schon wieder. Juh, will. Bäm. Oh, 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 oh. Nein! Ich habe wieder zu spät reagiert mit dem Nachladen. Ich muss mich wieder... Arsch. Na, komm. Komm, 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 komm. Das ist jetzt übelst gemein, aber es ist mir scheißegal. Wenn ich... Alter, wie oft das die Leute bei mir gemacht haben... ...will ich gar nicht erwähnen. Das war wahrscheinlich die Rache. Weiß nicht, ob es der war. Oh. Bäm. Was? AWP, wa? Genau! Das sind immer die geilsten. Na gut, ich habe vorhin auch... ...AWP gespielt. Aber ich kriege die ganze Zeit Nachrichten, Alter. Was ist denn los? Aber mein Handy liegt ein bisschen weiter weg als sonst. Weil... ...das keinen Akku mehr hat. Na komm, du Arschgesichtiges. Stats, 7, 8. Oh, vorhin hatte ich 8 zu 14, ey. Das waren keine Stats, das waren Krämpfe. Ich bin... Ich sage ja nicht, dass ich Best Player in der Hood bin, aber... Aber... ...weißt du... Ja, du willst auch noch... ...dich kriege ich auch noch oder auch nicht. Ah. Ja gut, wir haben... Gut, nicht Neu... Jetzt haben wir Neutrales Stats. Aber... Was, 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 was? Wo kam denn der her? Ich mag es, wenn die Leute aus dem Nichts erscheinen und mich dann erschießen. Das... Jo... Ja, du kleiner Wostart. Ja, klar, komm, Alter, wie viel Leben hat er denn noch? Ich hatte... Ich... Verstehs nicht. Naja. Okay, down Ich weiß, bei Shooter mache ich immer so ein bisschen so um die Ecken zu gucken, auch wenn das gar nicht springt Aber ich mache das halt so Er hat jetzt genau den Fehler gemacht, den ich auch ab und zu mache Und zwar Oh, der hat mal Oh, jetzt habe ich ihn noch erwischt Der hatte glaube ich eine AWP, wenn der da hinten kämmt Die meisten Killsteal Die meisten Leute, die irgendwo Oh, jetzt legt es schon wieder Ping, konstant, gut Mach dich halt da hoch Damit hat er Alter, ich habe den nicht gesehen jetzt Stats 15, 14, gut, einigermaßen neutral Jetzt läuft es auf jeden Fall besser als vorhin Aber ich habe schon wieder so richtig behinderte Framedrops Woran mag das denn wohl nicht Und jetzt habe ich einen Hattie-Kopf Einen Hattie-Kopf Kassiert Komm her, komm her Wo ist er? Ma wo ist er denn, du hin? Ma wo ist er denn? Oh, zwei Leute Und beide mit AWP, sehe ich das richtig? Ist ja ganz erotisch Das sind die dicken Könner El Bundy Na dann ab mal mit der Hand in die Hose Boah, trotz Legs noch gekillt, Alter Ich weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme seht Aber es hat jetzt gerade So richtige Holesuppe Geleckt Und Oh, Alter Es schreckt mich doch nicht Das leckt schon wieder so richtig Sexy Jetzt hat man bestimmt in der Kamera gesehen Dass ich mich erschreckt habe So richtig behindert Hm, arm Ich kill die Typen halt Ja, drei Leute, ne Zwei unten, einer obbe Und ich mittendrin Und der andere Typ vor mir, der Der die Bierdose mit der Schrobflinde aus dem halben Meter nicht trifft Was willst denn du, Junge? Umgeknüppelt habe ich Dich auch nochmal So, Stats 19, 19 Gut Was heißt gut Standard für mich Ich bin nicht der beste FPS-Zocker Bin an der Dash Ja, kleine Elba Nie wieder mal Ja, da vor ihm Boah, Alter Verwalt Bäm, mit der Diegel in der Head geschudelt In der Head Das lief mal richtig beschissen für mich so Jetzt mache ich aber auch nochmal eine Runde mit der AWP Spiel auch nochmal eine Runde AWP Mal gucken Die letzten Drei Minuten Wie in der letzten Runde Bonus Vepun So Ich bin eigentlich voll der richtig Behinderte Bin eigentlich der schlechteste Snip Der existiert hier auf dem Planeten wahrscheinlich Nein Dankeschön Wie man sieht Bin ich wirklich der schlechteste Snip Aber Fuck it Versauen wir uns jetzt halt noch die Stats Uuuuh Alter Verwalter Erschreck mich doch nicht so Ja Kannst du doch nicht machen mit mir Oh, hier stehen Gerne mal Leute Und da kriege ich von hinten eine auf den Nüschel Darf Äh Jo Ich treff mal wieder alles Vor allem die Wände hinten dran Sergeant Stones Ich hasse es Jetzt hat er nämlich die Pistole neggeschweilt Mann, meine Diegel Ich krieg die Krätze Ich Oh, oh Ja Damit musste ich schon fast rechnen Wenn ich Den habe ich jetzt weg Das war richtig blöd von mir Wie dumm bin ich eigentlich Die Scheißhühner, Alter Es leckt schon wieder So, die Runde spielen wir noch fertig Und dann ist auch schon Finn Eto Und ich Ich moderiere jetzt schon mal so langsam ab Gut, ich brauche keine 40 Sekunden Mein Mutter Renner Oh Oh nein Jo Der hält Gib mir gleich mal ein Instant Ja nicht Der gleiche Bastard nochmal Eigentlich Eigentlich wollte ich den Kollegen Jetzt mesern Aber auf F ist ja die Die Weapon angucken Jetzt versau ich mir die Stats nochmal auf dem letzten Mäldern Und dann ist das wie immer So, der Sergeant Stonis hat gewonnen Ich kriege gar nichts So Wenn es euch gefallen hat Dann Lasst doch ein Like da Wenn ich euch gefallen habe Könnt ihr mich sehr sehr gerne abonnieren Ich würde mich freuen Ich habe auch eine Facebook Fanpage Die ist auch unten in der Beschreibung mit drin Und Da könnt ihr auch mal vorbeigucken Wenn ihr Hoppla Wenn ihr Facebook habt Ähm Ich schaue mal kurz ein Timer aus Also nicht wundern Wenn ihr Facebook habt Könnt ihr da auch mal vorbeigucken Ähm Und könnt mir ein Like geben Würde ich mich freuen Da teile ich immer die Videos Die ich Hochlade Direkt dann nochmal auf Facebook Mit Link Und Sachen und Gedöns So Ich hätte jetzt fast das Spiel schon beendet Aber dann kackt ja die Aufnahme von Frebs ab Und Jo Auf jeden Fall Danke fürs Einschalten Und bis zum nächsten Mal Tschüss